Erstmal. Oh, warte mal jetzt kurz, ich muss mal wieder hier Traps ausmachen, der fängt immer an zu lecken, ne? Moment. Gehlen. So, jetzt sollte es besser gehen. Ich hab jetzt Feuerfledermäuse, ne? Jetzt geht's ab. Ja, bis irgend so ein komisches... Geh, das... Was? Guck mal, pass mal auf! Jetzt! Ha, lol. Der geilste Aussehen, der Spiel, aber der braucht so... der verbraucht so viel Mana, Alter. Aber er sieht einfach stylisch aus. Ich habe nicht genug Mana. Wir... es ist in mir. In mir. Wo ist der denn? Ach, das ist er hier. Da, Alter. Er kriegt Feuerfledermäuse in die Schnauze, Alter. Da unten ist ein Schrein. Ein Schrein? Ach, da ist die jetzt in der... Ach, nee, lass mal erstmal hier drüben, hier. Das ist eine Kiste, sehe ich gerade. Hup, und? Und? Ne Stoffhose. Der hat ne Stoffhose schwul geringer Heiltfang. Ich kann Kisten, die wird's gut kaputt machen mit den Fliedermäusen, oder? Na, ich muss sie einfach nur noch einmal rauchhauen, dann sind sie weg. Ach so, du hast doch so'n AOE-Ding jetzt. Echtlich. Ach shit, ich wollte jetzt gucken, wie die Dinger heißen. Dat wusste ich immer noch nicht. Die, äh... Die da rauskommen ist. Hast du dir jetzt schon mal angeguckt? Ich wusste, dass du das machen wolltest, ich war schnell. Ah, ich hänge fest! Ich bin gerade an den Schrein gepackt, Alter. Ich bin gerade hin und her gesappt. Jetzt können wir nach oben. Random Ping. Wieso ist der jetzt eigentlich so hoch, Alter? Ich hatte heute... Das ist Gold. Achso, für dich. Wieso sind der jetzt eigentlich so hoch, Alter? Heute Morgen hatte ich irgendwie 84 und jetzt bin ich bei 200 noch was. Wo siehst du den Ping? Na, an der Seite, wenn du ruf... Achso, da, ja. 490. Wir müssen hier mal... Wir müssen hier mal kurz Pause machen. Ich muss mal kurz was helfen. Wollen wir hier dann so drinnen bleiben? Dann müssen wir mal anfangen, weißt? Wir gehen doch durch die Tür. Ja, ist okay. Wir müssen nämlich kurz was helfen, so ein Fliegengitter anbringen am Fenster. Okay. Ja? Obwohl, aber... Warte. Wenn wir hier durchgehen, müsst ihr hier auch eigentlich speichern, oder? Oder wie war das? Ja. Ach nee, wir können auch zurück in die Stadt. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht an! Deckard Kay! Er hat's geschafft, Alter! Hast du gesehen, die Hinterliste, die er gemacht hat? Die Nacht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Aber so weit werden alle leiden, so wie ich es gelitten habe! Warum bringt mir seine Knochen? Ja! Ja! Hier geht's ja sowieso nachher in der Stadt, ne? Dann können wir da ja Pause machen. Das ist ja eh wurscht. Da können wir dann ausmachen. Ist mir auch gerade eingefallen. Brenn! Das ist noch ein f-fucking Damage, Junge. Schledermäuse? Deine Schledermäuse, ja. Halt! Aber die verbrauchen nur sauf viel Mana. Regenerativer Beschützer Nahkampfangreifer allein einen Schaden pro Treffer und getötet gegen den Gewehr werden drei Erfahrungen Willst du die haben? Was? Handgelenke, neun Rüstungen, Nahkampf, weil ich die nicht unbedingt brauche mit den Nahkämpfern allein mehr Schaden Ich hab noch nichts für Handgelenke Ich hab da auch die neun Rüstungen machen, aber halt kein blaues Zeug Obwohl ich hab zwölf, ich hab zwölf war hier Ja heute nehm ich die Weil ihr meine Hilfe braucht Kommt, ich muss euch zu Lea zurückbringen Wo sind die? Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl aufsteht Weil ich brauch ja nicht unbedingt die mit den Nahkampfschaden reflektieren Ja, sie sollten es ja nicht machen Oh shit, ich hab den geskippt Okay, geil Folg mir nach Tristram Was haben wir hier? Ist hier nicht noch irgendwo ne Kiste? Da ist es, da ist nur Gold gewesen Hier war mal bei mir bei A Beta, so ein lustiger, komischer, random, exklusiver Mob-Typi Echt? Er hat echt übelst coole Sachen fallen gelassen, Alter Aber richtig Dann gehen wir die Quest noch ab und dann machen wir erstmal kurz Pause Und die Cutscene Ich habe mein Wort gehalten, das ich Lea gegeben habe Und ihren Onkel Kane gerettet Ich habe ihn den Händen des finsteren Skelettkönigs entrissen Der noch immer den gefallenen Stern in seinen Händen hält Ist die Katze ihn gleich lang, meine ist zu Ende Ja, meine auch Lea Oh, ich hab nie fast wieder weggeskippt Es zählt im Moment nur, dass du zurück willst Haha, nehmen wir den noch an, ne? Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getriebt Nein! Lea Du solltest die Zeichen nicht so leicht einlösen Ach, ich dachte du hast es geskippt, weil der mit einmal aufgebrochen aufgehört hat Ich war's nicht Ne, der war zu Ende, ich hab's gerade noch im Dings gesehen Ich bin jetzt an der Kiste Ne, nicht Escape drücken Die Fulianten der Zakarun warnen vor einem fallenden Stern Die horadrischen Schriften sprechen von den Toten und dem Herrn der Lügen Er verteufelt mich schnell Ich brauche mehr Mana Keine Lustreder, ich verkaufe erstmal Zeug Mein ganzes Inventar war voll Das Schwert an der Seite am Speer auf dem Rücken So muss es sein Ich brauche mich erstmal noch das Ding wegcraften Geht nicht, glaube ich So, dann machen wir erstmal kurz Pause Also bis gleich wieder Alles klar So, hallo Leute Hallo So, da sind wir mit noch einem mit dem Jason, mit dem ich heute schon ein bisschen gespielt habe Hallo Dann machen wir jetzt weiter Warum bist du soweit? Siehst du aus? Ja Nein, den Müssen wir eigentlich noch ein Buch abholen oder haben wir die schon abgeholt? Mal gucken Ein Moment, hier haben wir Beim Schmied, ne, das ist noch nicht da Weiß ich nicht Ich guck mal Ich guck mal in Leas Zimmer Ne, das Schmiedebuch ist noch nicht da Also ich hab bei Lea ein Tagebuch Ernsthaft? Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs Ich bin so froh Da hinter dir rennen irgendwelche, ach so, das sind deine Begleiter Ich dachte, er wäre nur ein Einzelnen Ich wollte gerade sagen, die Hände, die Viecher sind da Ja, ja Ich bin der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen Bei Cain ist nicht drin Der hat schon genug gelitten? Bei wem? Bei Cain Bei Wayne Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir ist bei Cain was drin Welches Level bin ich jetzt eigentlich, stimmt was drin Oh, ich konnte das Boni sammeln Oh, warte, ich glaube, ich kaufe mir mal was Warte mal, ich kaufe mir mal Ringe, die ich gleich nehmen kann Ja, Bracho Fail Wieso? Fail Man, hier schätzt die Arbeit, die ich mir mache, um überhaupt an diese feinen Waren zu kommen Ah, nee, zwei bis vier Schaden und Erfahrung ist scheiße Brichtst du mit dem? Ich hör den gerade nicht, Racho, irgendwas ist rausgepackt Ich spreche mit dem Ja, ich hör den aber gerade nicht Ich auch nicht Racho 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 Kann ich ja nicht spüren Fängst du einfach an Wenn wir eine Händler sind, wahrscheinlich den Bug da draußen oder sowas Ja, wahrscheinlich, wenn wir unsere kleine Stings in meinem Kopf haben Nein Eigentlich nur, wenn wir nieder sind Ja, die haben auch n Dings, wenn wir im Inventarteil sind, eigentlich Wir haben Zombies hinterher Pfff Uuaahhhh Oh Freunde, es tut mir lang Es muss getan werden Zombiii Ich hab Feuer, Fledermäuse, einen Heidrank Einmal drei dürften die Fächer nicht mehr Schaden brauchen gehen Nee, wir machen nicht mehr Schaden, dann fangen wir aus Ja, das meint er Ich brauche mehr Mana Meera, meine Liebe Bitte vergib mir Misa Lieder Uu Print Wehh Hadrick Häädrick Ey, ich stell mich da nicht rein Twiiigh lydd pall Fllermäuse Müble Bestesgib ever Bubbles BS Warte, jetzt habe ich zwei blaue Scherben hintereinander gekriegt. Ey. Ich stehe in eurer Schuld. Ah, super, ich kriege schon wieder einen Armbust hier. Ich habe ein Schild mit bloß einer Stärke. Brauch jemanden. Und eine bessere Rüstung. Eule. Ey, den habe ich das letzte Mal nicht mehr gefunden. Oh, warte, die ist nach uns. Aha. Ah, nein, habe ich nicht für mich. Den hast du nicht gefunden? Dann hast du es aber nicht gründlich abgesucht, Ocho. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn einfach übersehen. Der bewegt sich nicht, also der... Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Ein großes Rudel. Ich bin Stu 6. Ah, geht's halt. Echt nicht. Wartet mal. Fehlen noch anderthalb Level. Oh, das ist gut. Ich habe endlich das mal geteilt. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin Stu 6. Jetzt sind du 6. Ich traf einst einen zerlumten Burschen, der behauptete, Hallo. Wer ist da knapp? Du bist da. Du lebst gerade auch. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völlig ausmacht. Wer ist gejoint? Keine Ahnung, aber jemand war das gejoint. PS oder was? Ja. Aha. So, ich habe es noch nicht. Ich hab auch ne... Ich hab auch ne... Dingspumpf Ambrus? Achso... Mal schauen, was hab ich denn? Ein Levelshot Ich hab auch ne... Dingspumpf Mal schauen, was hab ich denn? Ja Ja Giftpfeil Aber ziemlich schnell Ja, ich hab die erste Rude dafür Bei mir auch, übrig Warte mal, ich muss mal gleich jetzt Ich muss erstmal gucken, was ich jetzt gekriegt hab Ne, der ist schlecht Mal fail meine Kugel jetzt hier Hm Was ist denn das für ein Feueratum? Das ist kein Feueratum, das sind Fledermäuse, die brennen Das ist unnusch Hey, hier ist ein Event, ne? Event Yay Ich brauche mehr Mana Ich brauche mehr Mana Ich brauche mehr Damage Ich brauche Massaker Nein Das hatte ich Jetzt lassen wir das Ding halbwie systematisch abgehen Wollen wir erstmal mal an die Ränder ranlaufen Langlaufen Wir laufen jetzt irgendwie Halb querfeldein und dann verpassen wir immer die Hälfte Lassen wir erstmal die Ränder langlaufen Oh, da liegt noch was Haben die da hingeschmissen wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ja... Entweder und und so, ne? Weil die Namen zum König Neoryx Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit gestorbenen sich drohen Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf Wir sind nun bereit, alles niederzumählen das abmählen Nehmen meine Hühnchen noch? Doch Für ihre verdrehte Intelligenz Ach, stimmt Echt, ey Frocho, was soll denn das? Wollen wir frocho überhaupt warten? Ich krieg das Gold nicht mit, Junge Lass mal frocho warten, der ist irgendwo dahinten Was soll der? Rauchscham! Wo läufst du denn schon wieder lang? Hier Ja, Rocha macht immer übelst ne... Na, dann weh ich hier Ich kann da nicht lang, wo ihr seid Warum? Weil hier sind... Nein, weil hier 5 Leute sind...